Herzlich Willkommen zurück bei Hero Zero Wir fangen einfach mal an und zwar muss ich hier als Schuhe kaufen und ich 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 bin nur mit dem Maus mit dem Mauszeiger über die über das Item und jetzt hat links was verbessert und was verschlechtert heißt es gibt mehr plus 1 Kraft und plus 2 Crips äh Crips und dann wir kaufen das ähm wir kaufen und ziehen es hier und zwar zu Schuhe und jetzt wird sie gleich sehen dass wir gleich Schuhe anhaben kein Halt ohne Kostüm und Spielsjahrwerkzeug zugegeben 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 dein Lück ist verbesserungswürdig aber ein Anfang angelegte Gegenstände verbessern übrigens auch deine Fähigkeiten du solltest hier also regelmäßig oben schauen naja mal gucken ihr müsst jetzt weinen nein ich muss auch ein Duell machen hier kannst du andere Spieler und ihren Helden angreifen zeig ihnen wer die Hosen anhat ich hab keine Hosen an ja ich echt so auch mein Halt hat keine Hosen an Möchtest du kriegen ich trinke kurz was aber ich möchte stärker das ist besser die Hosen an das ist mehr für eine Söhne Ja! Ich hab ihn mal schief mit. Ich bin besser als der. Gewohnen! Ich hab gewohnt. Du bist der German. Guck ihm aus. Du gibst jemanden, der heißt Bushy11. Was? Aber wieso? Ich bin doch ne Bush. Ja. Such mich mal. Ich bin noch nicht fertig. Such mich, ich was bin ich. Bravo, du hast uns Turi abgeschlossen. Unsere Welt braucht mehr Helden wie dich. Achte fort dann auf das rote Aufrufezeichen. Es zeigt dir, was es als nächstes zu tun gibt. Hier noch ein kleines Geschenk für deine Heldenkarriere. 5 Donats erhalten. 25% Missionsbooster erhalten. So, hier gibt's so ein Brett mit dem roten Aufrufezeichen. Da klicken wir mal drauf. Und dann geht's hier so Arts Achievements. Da klicken wir auf beenden. Da bekommen wir immer was. Guck mal. schon mal. Guck mal. Und dann drückst du deine Heldenkarriere. Drei mal. Dann können wir jetzt einen gestern an. Untertitelung des ZDF, 2020